Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Instagram University Pro von Niklas Pedde. Bisher ist die Instagram University der einzige Kurs, den ich im englischsprachigen Raum reviewt habe auf dem Bonuskiste Kanal. Jetzt hat Niklas die Instagram University Pro herausgebracht, wo er in einem Mentoring Programm ganz genau darauf eingeht, wie er es macht, mit Instagram über 100.000 Dollar monatlich zu verdienen durch verschiedene Affiliate Marketing Strategien. Er zeigte in der Instagram University Pro in wöchentlichen Coaching Calls die exakte Strategie, wie er Instagram Kanäle aufbaut, mit dem Ziel Affiliate Verkäufe zu erzielen. Ich zeigte in diesem Kurs meine Ergebnisse mit Niklas Strategien, was darin enthalten ist und natürlich bekommst du auch eine Bonuskiste, wenn du dir die Instagram University Pro über den Link unterhalb des Videos sicherst. Klicke dazu einfach auf bonuskiste.com slash IG pro IG pro über den Link unterhalb des Videos ist der erste Link in der Videobeschreibung. Darunter findest du direkt den Link zu Niklas Webinar. Wie gesagt, das Ganze ist in Englisch. Niklas ist allerdings Deutscher, hat das aus Deutschland alles aufgebaut, lebt mittlerweile in Dubai, zeigt dir im Webinar genau seinen Werdegang, wie er es geschafft hat, vom Schulabbrecher dazu sich ja einen Instagram beziehungsweise mehrere Instagram Kanäle aufzubauen, mit denen er mittlerweile über 100.000 Dollar monatlich verdient. Findest du alles in der Videobeschreibung. Wenn du dir die Instagram University Pro über den Link unterhalb des Videos sicherst, bekommst du zusätzlich in der Bonuskiste meine Instagram Traffic Strategie von mir dazu, wo ich dir zeige, wie ich durch Instagram Traffic auf Affiliate Produkte generiere, meine Ergebnisse siehst du dann gleich, meine Affiliate Insider Strategie im Wert von 199 Euro, wo ich darauf eingehe, eine meiner Hauptstrategien, wie ich Affiliate Marketing möglichst automatisiert, ohne mein Gesicht zu zeigen, betreibe, kostet normalerweise 199 Euro dieser Videokurs, schenke ich dir in der Bonuskiste kostenlos dazu, meine Viral Marketing Secrets, auch hier eine Strategie, wie du nicht nur Instagram nutzt, sondern eben auch Facebook, wie du hier beispielsweise siehst, wie ich knapp 50.000 Personen durch nur einen Beitrag auf einer Facebook Seite von mir erreicht habe, dadurch 400 geteilte Inhalte erreicht habe und nur durch einen Beitrag über eine Facebook Seite insgesamt 17.780 Dollar durch Affiliate Marketing verdient habe, wie das Ganze genau funktioniert, wie ich dafür versorge, dass Beiträge viral gehen und wie ich damit Geld verdiene, das zeige ich dir in den Viral Marketing Secrets, kostet normalerweise 299 Euro, schenke ich dir in der Bonuskiste kostenlos dazu, meine YouTube AdSense Mastery, wo das Ziel ist, YouTube Videos hochzuladen, die du nicht mal selber erstellen musst, du kannst diese auch, ja, ich sage mal legal von den Mitbewerbern stehlen, mit dem Ziel, über AdSense, über Google AdSense, diese Videos zu monetarisieren und dich von Werbetreibenden dafür bezahlen zu lassen, über Google AdSense. Kostet normalerweise 149 Euro, schenke ich dir in der Instagram University Pro kostenlos dazu, sichere dir diese einfach über den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com.igpro, so wie du es hier siehst und du bekommst meine Bonuskiste zur Instagram University dazu. So und hier befinden wir uns schon in der Instagram University Pro im Mitgliederbereich, wir schauen jetzt direkt mal rein, was Niklas hier zu sagen hat, welcome to the Instagram University Pro, wie gesagt, der Kurs ist in Englisch, Niklas selbst ist Deutscher, hat aber diesen Kurs für den internationalen Bereich gelauncht und zeigt hier eben Schritt für Schritt, wie es möglich ist, Instagram als Trafficwelle für Affiliate Marketing zu benutzen, um damit Geld zu verdienen. Wir schauen einfach direkt mal ins erste Video rein, let's go. Hey, what's up and welcome to the Instagram University Pro, I'm super excited to have you inside the program, because in the next few weeks I will show you step by step how my clients and I use a simple three step pro, so actually it's a seven step process, um, to make $100,000 plus per month with Instagram and I will show you the exact strategy so that you can build your own six figure dream business with the power of Instagram so that you can make the money that you deserve to make. Now, in this short video I just want to explain how everything is going to work from now. Now, down below this video you quickly have like a little like button that you can click, you will then be redirected to a type form, right? And in that type form there's basically a few questions that I'm asking you, okay? And I want you to fill out that type form, um, because, you know, there will be questions like, okay, where are you right now? What are your goals? What are you struggling with? What do you want to learn the most inside the Instagram University Pro? And there's just a bunch of questions, uh, that help me get to know you because, you know, you invest into the Instagram University Pro and we will work together one-on-one, we will have the live calls, we will have a one-on-one call, we will be in contact in WhatsApp and, you know, the Instagram University Pro is not just like a random online program, like, right, uh, the Instagram University Pro is an, is a program that I will consistently work and I will consistently work on it, add new video lessons, add new things, uh, we will do live calls, I will do the calls with you and I want you guys to have the most amazing experience inside the Instagram University Pro and I want to give you everything that you need to build your own six-figure business, uh, dream business with the power of Instagram and because of that I need some information, okay, right? Because, you know, some people want to learn this, some people want to learn this, some people want to learn this, some people struggle with this and this and this and, you know, different people will be inside the Instagram University Pro and I want all of them, uh, to be able to build their own six-figure business with the power of Instagram and that's why I need some information, okay? So, just take five minutes, click the button below this video right now, uh, fill out that quick form so that I can get to know you and, you know, then when we talk on WhatsApp and when we have the live calls and you ask questions, I can then always quickly go into the typeform, take a look at where you are right now, what you're struggling with, um, I can exactly know what kind of business you have, what kind of Instagram account you have and all that stuff, right? So, um, yeah, just click the button below this video right now, fill up that quick type form and as I said, I'm super excited to have you inside the Instagram University Pro and the next few weeks, month, maybe even years will be amazing because I will be consistently working on Instagram University Pro. This is my, like, main program, the core program that all my focusing on is on and I want you guys to have amazing results. I want you guys to be able to build your own six-figure dream business with the power of Instagram and that's why I will consistently add new video lessons, um, to the members area. that's why I will consistently work on the customer experience and add new strategies and everything. And, yeah, I'm just super excited and in the next video we will talk about how the Instagram University Pro is structured, how you should go through everything and, um, yeah, I'd say I will see you inside the next video. Hey, what's up and welcome to the video. So, this is the second video of the Instagram University Pro. As I said, I'm still excited to have you guys here inside the Instagram University Pro and in today's short video I just wanted to explain to you and show you how the whole members area of the Instagram University Pro is structured, so that you have an overview, so that you know exactly what to do in order, uh, so that there is no guesswork or confusion or whatever. So, inside the Instagram University Pro you have different, like, modules, right? Right now you're watching the first module and in each module you can find different video lessons or in general lessons. Some lessons will be through PDF files, some lessons will be just text, but most of them will be video lessons, right? So, on the left side of the members area or if you're on the phone, on the bottom you can see, like, all these, like, little golden modules. Each of those golden modules are one module, right? You're inside the welcome module right now and there's, like, four or five videos inside the welcome module. The welcome video you're watching this video right now. Down below there's another video where I will give you my WhatsApp number where I will explain to you how you can schedule your 60 minute one-on-one call with me and I will also give you access to the Instagram University 3.0 and the 100 group for free, right? Now, the second module, probably the most important module, is the Instagram Business Masterclass. Maybe it will have a different name, but it's basically called the Instagram Business Masterclass. It has 25 video lessons so far and in those 25 video lessons, I will show you exactly how you can build your own six-figure dream business with the power of Instagram. And, you know, I want you to know, like, the main thing of this program, the main part that you will get the most results from will probably be the weekly live quotes because we will, and, you know, in general, working with me one-on-one, texting on WhatsApp, and, like, using all the strategies, applying all the strategies, right? Because, you know, we will work together one-on-one. We will be live each and every single week. You can ask me your questions. I will take a look at your business, but to make sure that you're best prepared for all the live calls, for the one-on-one call, for, like, the WhatsApp VIP support, we have the Instagram Business Masterclass, which is module number two, okay? It's the second module here inside the Instagram University Pro. And as I already told you, like, 25 video lessons are inside that module. And in those video lessons, I will show you exactly how building a six-figure business on Instagram works, right? I will give you the overview. I will show you each and every single part from, like, I don't know, like, being an expert, having an offer, creating the bait means your Instagram account, turning your followers to your fans, actually, like, creating your offer and selling your offer, automating your Instagram account in business, and then scaling your Instagram account in business. But we'll talk about all that inside the 25 video lessons. And after those video lessons, you will know exactly what to do in order so that you can build your own six-figure dream business with the power of Instagram, okay? Then inside module number three, you have PDF checklists, action plans, and workbooks. And, you know, I want you to, first of all, go through module number two, the Instagram Business Masterclass, right? Because in that module, you will have, like, all the strategies. You will have the big picture, and you will know exactly what to do in order so that you can build your own six-figure dream business with the power of Instagram. And then in module number three, you will have the PDF checklist. You will have the action plans and the workbooks. So after you went through the 25 video lessons, make sure that you also go through the PDF checklists and everything, that you filter them out, and that you, again, like, think about the strategies. Think about your Instagram business. Think about your Instagram account and just everything, right? And with those PDF checklists, you will have a red line that you can follow so that there's no guesswork or confusion, that you will basically have, like, a blueprint that you can simply follow, right? And then in module number four, I will give you all the tools that I use, that I personally use to make $100,000 plus per month. It's going to be, like, simple tools that most of you guys probably already know, like Viral Fine and Social Blade and Executive Mafia. But there will also be tools, like, for example, Evernote or, like, tools that I use to create content. And, you know, I will give you my content creators and my account managers and stuff like that. I will just give you everything and all the tools and every, like, little things that I use to make $100,000 plus per month and that I use to build my Instagram business. Then in module number five, you will be able to access the weekly live calls, right? You will first of all have, like, a section where you can register for the weekly live calls and you will also have, like, all the replays and everything so that you can always take a look at everything that we did so far inside the Instagram University Pro. Then in module number six, you will find interviews with six, seven, eight, and even nine-figure earners who build online businesses. Those interviews, like, at the beginning, you will just have access to a few of them. Maybe, you know, you joined, like, a little bit later than Instagram University Pro. Maybe you then already have access to all the 30 interviews. But, yeah, I'm right now scheduling all the interviews. Those interviews will be recorded and you will for sure get access to them. And trust me, you will love them because in those interviews, you will learn from people that you probably didn't even know before, okay? For example, like, I did one interview with Tai Lopez backstage. Maybe you already saw it on my YouTube channel. I did one interview with Raul Pricat, who is just a genius when it comes to marketing, making money online, building brands. He has run, like, marketing campaigns for Philip Klein. One of his companies delivers water to the U.S. Army, which is totally crazy. And, yeah, he's just a genius. So, that interview is going to be pretty cool. And over the time, I'll add more and more and more and more interviews to that section so that you can learn from the people that I personally learned from, right? Then in module number seven, we will deep dive into specific things, right? Instead of module two, the Instagram Business Masterclass, you will, like, have the big picture and you will know exactly what to do in order to build your six-figure dream business. But, you know, we will have more modules, like module number seven, module number eight, and module number nine, where we will deep dive into specific topics. For example, Instagram growth or building your brand or scaling your business. We will then have another module on influencer marketing. We will have a module on high-ticket sales, right? How you can, like, sell high-priced programs on Instagram or how you can, in general, like, sell something on Instagram. We will then have a module about funnel building. We will have a bonus module. And, yeah, that's basically how the whole members area of the Instagram University Pro is structured, right? Yeah, just to give you that overview again, you have the Instagram Business Masterclass where you learn everything about building your own six-figure dream business with the power of Instagram. You have the PDF checklists and the workbooks that you can go through and use after going through the 25 video lessons of the Instagram Business Masterclass. You then have all the tools that I use. You have the 30 interviews. You have the live calls. What else do you have? You have, and then you have the modules where we will deep dive into specific topics, okay? Those are, like, yeah, like, basically deep dives, okay? Over the time, to those modules, there will always be added new video lessons. Like, for example, look, when there comes an update about Instagram, when I, for example, learn new strategies about building a brand or scaling, I will then always add those videos to those other modules, right? To modules 7, 8, and 9, maybe even 10, 11, and 12. But, yeah, that's basically how the members area is structured. I'm super excited to have you inside the program. And, yeah, this video is now already 6 minutes and 38 seconds long. And I hope I could give you a little overview of how the members area is structured. And inside the next video, we will talk about the 60-minute one-on-one call that you also have when you join the Instagram University Pro. And we will talk about, like, my WhatsApp number and all that cool stuff. But, yeah, we will talk about that inside the next video, okay? Thank you so much for watching. If you have any questions about Instagram University Pro, feel free to contact me. And, yeah, I'm just super excited to have you inside. And, yeah, I'd say I'll see you inside the next video. So, yes, that hat der Niklas bereits super erklärt. Hier geht's jetzt um das Kernstück des Kurses, die Instagram Business Masterclass. Wie du hier bereits siehst, hat er ja gerade im Video, ja, genauer erklärt. Hier geht's darum, how to build a six-figure Instagram Business. Wie schaffst du es Schritt für Schritt? Ich bin da kein Freund von großen Strategien und Niklas, ey. Ich bin da kein Freund von großen Strategien und Niklas erklärt das nachvollziehbar. Wie du Klick für Klick, Schritt für Schritt dir ein Instagram Following aufbaust. Ganz egal, ob du jetzt mit deiner Personal Brand rausgehst. Also mit deinem eigenen Namen und mit deinem Gesicht rausgehst. Oder ob du einfach einen Undercover Instagram Account machst, der sich mit einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Hundeerziehung, Handwerk oder ähnliches beschäftigt. Und einfach nur darauf abzielt, Affiliate-Produkte zu erzielen. Ich kann dir gerne mal einen Einblick in einen meiner Clickbank Accounts geben. Ich nutze diese Strategien im englischsprachigen Raum. Und ich zeig dir gerne mal einen Einblick, was damit möglich ist. Ich nutze dafür Clickbank. Hier siehst du einen meiner Clickbank Accounts, wo du siehst. Anfang August erste Woche 1.300 Dollar. Zweite Woche August 2.100 Dollar und so weiter. Das heißt, ich verdiene durchschnittlich 1.000 bis 2.000 Dollar nur durch Instagram-Strategien im englischsprachigen Raum, ohne mein Gesicht zu zeigen. Durch das, dass ich in bestimmten Nischen Instagram-Kanäle aufbaue. Mit dem Ziel, Affiliate-Verkäufe zu erzielen. Gleich vorneweg, das ist nicht im Geldverdienen-Bereich. Sondern das sind meist Bereiche wie Persönlichkeitsentwicklung, Hundeerziehung, Handwerk. Also Bereiche, wo nicht jeder Zweite reingeht. Sondern die, sage ich mal, ein bisschen außergewöhnlicher sind. Wie ich das genau mache, das zeige ich dir in den Bonus-Kursen, die du ja auch dazu bekommst, wenn du dir die Instagram University Pro von Niklas über den Link unterhalb des Videos sicherst. Also hier geht Niklas eben dann genau drauf ein, wie du das Schritt für Schritt machen kannst. Wie du dir einen Experten-Status in deiner Nische besorgst. Welches Angebot du haben solltest. Your Offer, dein Instagram-Account, Market Research, Early Engagement und so weiter. Wie sorgst du für Interaktionen auf deinem Instagram-Account? Wie sorgst du dafür, dass der Instagram-Account so schnell wie möglich wächst? Denn umso mehr, ja klar, Follower und Interaktionen du hast, umso mehr Leute kannst du potenziell erreichen. Und umso mehr kannst du verdienen. Wie geht das Schritt für Schritt? Das zeigt dir Niklas eben hier. Instagram Toolbox. Hier zeigt er dir die einzelnen Strategien und Tools, die er nutzt, um Instagram weitestgehend zu automatisieren. Also wie sorgt er dafür, dass Instagram Posts zu einer bestimmten Zeit automatisch online kommen? Welche Tools nutzt er? Welchen Zahlungsanbieter nutzt er? Wie wickelt er das Ganze ab? Das erfährst du hier in der Instagram Toolbox. Checklists, Action Plans und Workbooks bekommst du hier noch mit. Hier bekommst du die wöchentlichen Live Calls, wo du dich mit Niklas direkt connecten kannst, wo du ihm direkt Fragen stellen kannst und er darauf eingeht. Zusätzlich zu diesen Live Calls, wo natürlich mehrere drinnen sind, hast du mit dem Kauf der Instagram University Pro auch die Möglichkeit 60 Minuten mit Niklas 1 zu 1, ohne dass jemand anderes drinnen ist, zu telefonieren. Bekommst unter anderem auch zusätzlich seine WhatsApp Nummer. Also das Ganze ist wirklich ein 1 zu 1 Mentoring Programm, wo du ihn auch direkt Fragen, ja speziell zu deiner Nische, zu deinem Instagram Account und so weiter, stellen kannst. Dann die Deep Dive Lektionen. Wie der Name schon sagt, hier geht es eben darum, noch mal tiefer in diese Instagram Welt, sage ich mal, einzutauchen. Hier oben geht es eher um die, um die Basis Strategien. Hier im Deep Dive Bereich dann, wie machst du die richtige Marktrecherche, deine Sub-Nische. Also wie positionierst du dich wirklich spitz in einer Nische, beziehungsweise Sub-Nische. Alles zum Thema Branding und verschiedene Strategien, eben das Ganze zu monetarisieren, wie man hier beispielsweise sieht. Coaching Calls, Mentoring, Affiliate Marketing, Content Creation, Promotions verkaufen. Also selbst das geht. Du kannst dich auf diversen Influencer Marketing Plattformen anmelden und kannst dich dafür bezahlen lassen, wenn du bestimmt, ja, wenn du eine bestimmte Anzahl von Story Views beispielsweise hast, in einer bestimmten Nische umso spitzer positioniert, umso besser. Dann kannst du für eine Story, wenn du die richtige Reichweite hast, ja, das verlangen, was andere Vollzeit in einem Monat verdienen. Man muss halt nur wissen, wie man das Ganze richtig angeht. Interviews gibt Niklas hier rein, hier mit Tai Lopez und mit Raul Blickert. Raul Blickert hat eine Marketing Agentur, schaltet Ads für viele der erfolgreichsten Marketer. Tai Lopez, How to Make Money, Business Mindset Mastery. Hier wird ja alles zum Thema, ja, Mindset und Denkstruktur erklärt. Die Influencer Lifestyle Black Box bekommst du hier. Dann Algorithm Hacks. Das heißt, wie beeinflusst du den Instagram Algorithmus so, dass er zu deinem Vorteil funktioniert? All das zeigt dir Niklas hier. Influencer Marketing Secrets. Also wie betreibst du nicht nur Influencer Marketing, sondern nutzt das Ganze auch und zahlst andere Influencer dafür, dass sie dein Angebot, dein Affiliate Produkt, was auch immer es ist, posten. Extrem unterbezahlt nach wie vor. Wird sich in den nächsten Jahren ändern und du kannst das Ganze nutzen, um deine Produkte auch als Affiliate bewerben zu lassen. Wie verhandelst du mit denen? Was ist wichtig? Und so weiter. Welche Plattformen nutzt Niklas da? Das erklärt er dir hier. Dann hier noch alles zum Thema Affiliate Marketing. Personal Branding Secrets. Der 1 Million Dollar Funnel. Also der Funnel, der ihm unter anderem den 2 Comma Club Award von ClickFunnels beschert hat. Diese 1 Million Dollar hat er innerhalb von weniger als 45 Tagen aufgesetzt. Und ja, zeigt dir hier im Grunde ganz genau in den Videos. Geht hier den Funnel durch und zeigt dir, was er hier genau gemacht hat. Wie er das Ganze umgesetzt hat und so weiter. 1 Million Dollar Funnel Video Nummer 1. Video Nummer 2. Und du kannst das Ganze einfach für dich nachmodellieren. Musst das Ganze nicht lange testen, sondern kannst einfach das machen, was bei Niklas funktioniert. Und Funnel Building Secrets. Also hier nochmal der genaue Verkaufstrichter analysiert von Niklas, der ihm eben diese Ergebnisse gebracht hat. Ja, wie gesagt bei Instagram University Pro handelt es sich hier um ein Mentoring Programm von Niklas Pedde. Wenn du das Ganze ernst meinst mit dem Thema Affiliate Marketing auf Instagram, dann bekommst du hier die genauen Strategien an die Hand, wie es Niklas geschafft hat. Von Null an, nachdem er die Schule abgebrochen hat, mit Instagram sich ein Following aufzubauen, mit dem er mittlerweile über 100.000 Dollar monatlich verdient. Er teilt regelmäßig seine Einnahmen, er legt diese offen über seinen Instagram Account, kannst du dir alles ansehen. Auch ich nutze Niklas Strategien schon seit längerer Zeit und nur durch diese Strategien von Niklas kann ich 1.000 bis 2.000 Dollar wöchentlich umsetzen durch Affiliate Marketing auf Instagram. In dem Fall auch ohne mein Gesicht zu zeigen, da gibt es eben zwei Umsetzungsmöglichkeiten. Du machst das Ganze, indem du dich selber brandest, mit Gesicht rausgehst, so wie Niklas das macht oder du machst das Ganze komplett undercover, ohne dein Gesicht zu zeigen, baust deinen Instagram Account in einer bestimmten Nische auf und verkaufst damit Produkte. Ich mache das Ganze im englischsprachigen Bereich, habe ich dir ja Einblick in meinen Clickbank Account gegeben, auch das ist möglich. Du kannst dir die Instagram University Pro über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com.igpro, so wie du es hier siehst. Direkt darunter findest du den Link zum Webinar von Niklas, wo er dir nochmal erklärt, wie er das Ganze Schritt für Schritt aufgebaut hat, wo er dir seine Umsatzzahlen zeigt, wo er dir zeigt, wie er es geschafft hat, über 100.000 Dollar monatlich zu verdienen, wie er es geschafft hat, mit 18 Jahren, nachdem er die Schule abgebrochen hat, nach Dubai zu ziehen, wo er jetzt aktuell wohnt. Du bekommst, wenn du dir die Instagram University Pro über den Link unterhalb des Videos sicherst, meine Instagram Traffic Strategie im Wert von 47 Euro kostenlos in der Bonuskiste dazu. Meine Affiliate Insider Strategie, wo ich dir ja eine meiner Hauptstrategien zeige, wie ich mit Affiliate Marketing passiv, ohne mein Gesicht zu zeigen, Geld verdiene, kostet normalerweise 199 Euro, schenke ich dir in der Bonuskiste kostenlos dazu. Eine extrem geile virale Marketing Strategie, die mir es beispielsweise ermöglicht hat, mit einem einzigen Facebook Beitrag 50.000 Personen zu erreichen, ist ein Beitrag, der viral gegangen ist und mir insgesamt 17.000 Dollar eingebracht hat durch virales Marketing. Also alleine bei diesem Beitrag habe ich über 400 geteilte Inhalte gehabt, das heißt, ich bin auf über 400 Facebook Seiten erschienen und der Screenshot ist nicht mal aktuell, also da kommen nach wie vor Einnahmen rein. Wie ich solche viralen Marketing Strategien nutze, um Affiliate Marketing zu betreiben, das zeige ich dir in den Viral Marketing Secrets. Das kostet normalerweise 299 Euro, ist ein Videokurs, wo ich dir einfach Schritt für Schritt, Klick für Klick zeige, wie ich das gemacht habe. Meine YouTube AdSense Mastery, wo ich dir zeige, wie ich YouTube Kanäle aufbaue, beispielsweise im Meditationsbereich und ich erstelle die Videos nicht selber, ich spreche die nicht selber ein. Ich outsource das Ganze, teilweise über Freelancer Plattformen, teilweise stehe ich mir die Videos unter Anführungszeichen auch und ja, damit mittlerweile ca. 2000 Euro monatlich, bzw. mittlerweile schon etwas mehr, das schwankt immer ein bisschen, verdiene. Das Ganze über YouTube und über Google AdSense, das heißt Werbetreibende schalten von meinen Videos Werbung und ich verdiene damit Geld. Dieser Kurs kostet normalerweise 149 Euro, schenke ich dir in der Bonuskiste zur Instagram University Pro auch kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach die Instagram University Pro über den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com.igpro, so wie du es hier siehst. Über den Link darunter in der Videobeschreibung findest du auch den Link zum Webinar von Niklas, wo er dir nochmal genau erklärt, wie er es damals geschafft hat, das Ganze Schritt für Schritt aufzubauen, Umsatzzahlen zeigt und so weiter. Stelle sicher, dass du mir, nachdem du dir die Instagram University gesichert hast, mir eine Mail schreibst an bonus-at-bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Bonuskiste freischalten kann. Wenn du Fragen hast, schreib sie einfach in die Kommentare. Ich werde jede Frage beantworten. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, alles Gute und viel Provisionen mit der Instagram University Pro. Ciao!